Untertitelung des ZDF, 2020 Erdlinge, meine Suche hat mich auf euren Planeten verschlagen. Und jetzt her mit dem Zeug! Nehmt bitte mein Vorgehen auf gar keinen Fall persönlich. Das ist rein geschäftlich. Galaxy endet. Jemand soll sich was einfallen lassen, und zwar schnell, wenn's geht! Mr. President, wir brauchen unverschämtes Glück. Wir brauchen rohe Gewalt. Wir brauchen... Monster! Darf ich vorstellen, das ist Insektosaurus! Jagt Insektosaurus keine Angst ein? Alles gut, mein Kleiner. Ich pass auf, dass die Menschen hier nichts tun. Und hier haben wir Missing Link. Einen 20.000 Jahre alten Fischmensch. Baba ist nicht mehr in Form. Dieser gutaussehende Kollege ist Professor Dr. Katerlake. Ich bin kein Quacksalber. Ich bin ein verrückter Wissenschaftler. Ach, herrje. Was Sie hier sehen, nennen wir unzerstörbare, gallertartige Masse. Hallo, ich bin Bob. Nun ja, er hat kein Gehirn, wie man sieht. Ja, das braucht nämlich auch keiner. Und zuletzt unser Neuzugang. Sie ist 100 Meter groß. Entschuldigung! Von enormer Kraft und Größe. Sag mal, was brüllen die Leute, wenn sie sehen, dass du ankommst? Du weißt schon. Achtung! Da kommt! Susan. Susan. Oh, jetzt hab ich mir selber Angst gemacht. Bereit, Monster? Abmarsch! Willkommen auf der Erde. Jetzt zerstören wir dich. Fuß! Ich hab ihn, Leute. Ich hab... Keine Angst, ich lass ihn nicht los. Den mach ich für... Brotox! Ha, ha, ha! Huuuuh!